Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops 3 Video. Heute soll es um alle Scorestreaks gehen, die man auf der E3 Version zocken konnte. Und ja, das sind noch nicht alle 6 Stück fehlen, die noch dazu kommen werden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was da noch kommt. Aber die, die wir bis jetzt schon kennen und die auch in der Beta spielbar sein werden, möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Da fangen wir ganz klassisch an mit der UAV, also mit der Drohne. Die ist so wie in jedem anderen Call of Duty Teil und kostet 400 Punkte. Als nächstes haben wir das HCXD, das ist so wie das RCXD, also dieses kleine fahrende Auto aus Black Ops 2. Nur, dass dieses Gerät halt auch an Wänden fahren kann und so Thrustjumps machen kann, wie der Spieler selber. Und dieses Scorestreak kostet 425 Punkte. Als nächstes haben wir den Dart, das ist eine erweiterte Hunter-Giller-Drohne, so wie ich das gesehen habe. Und zwar wirft man diese auch in die Luft, öffnet dann aber kurz danach ein kleines Fensterchen, womit man drei, ja, explosive Pfeile auf den Gegner abschießen kann und dann selber dieses Gerät nochmal auf den Boden donnern kann, um halt den Gegner zu töten. Als nächstes haben wir das Care Package, was genauso ist wie in jedem anderen Call of Duty Spiel. Man droppt einfach ein kleines Paket, was einem eine zufällige Scorestreak liefert. Die Animation ist ein bisschen anders gemacht, also es fällt runter, wird dann aber so leicht abgesenkt, gedämpft und fällt nicht irgendwie hin und fliegt durch die Gegend, was schon mal gut ist, weil man oft sein Paket verloren hat, weil es irgendwie irgendwo hingesprungen ist, was mir schon echt oft passiert. Und dieses Scorestreak kostet 550 Punkte. Dann haben wir als nächstes die Counter-UAV, auch wie wir sie aus den Call of Duty teilen können. Macht einfach das Radar der Gegner in Anführungszeichen kaputt für einige Minuten oder Sekunden und diese Streak kostet 600 Punkte. Dann haben wir wieder den Lightning Strike, also den Blitzschlag, wieder so aufgebaut wie in den anderen Call of Duty teilen. In dem Fall ist die Animation, wenn man ihn nutzt, aber ein bisschen anders. Das heißt, man projiziert so ein 3D-Hologramm in die Welt und es ploppt nicht einfach so ein Bild auf und diese Streak kostet 750 Punkte. Dann haben wir eine Streak, die heißt Talon oder Talon. Die erinnert mich ein bisschen an die Dragonfire. Man fliegt auch mit so einem kleinen Gerät durch die Gegend und ballert den Gegner von oben ab und diese Drohne kostet 975 Punkte. Dann haben wir den Cerberus. Der Cerberus sieht für mich so aus wie das AGR. Auch ein droppbares Auto, das heißt, es kommt irgendwo runtergefallen und fährt dann halt durch die Welt und schießt den Gegner ab. Man kann es aber halt auch selber steuern und dieser Cerberus kostet 1000 Punkte. Dann haben wir den Raid. Der Raid ist ein bisschen so wie der Stealth Chopper, beziehungsweise ist so wie der Stealth Chopper. Man kann ihn irgendwo auf der Map platzieren und er holt dann in dem Umfeld die Gegner weg und kostet 1100 Punkte. Als nächstes haben wir das R-R-PS. Das sind so die erweiterten Hunde. Es sind auch mehrere, flitzen durch die Map und holen den Gegner einfach weg. Das heißt, die zerschnetzeln ihn so. Das sieht man auch ganz cool im Trailer. Und dieses R-R-PS kostet 1275 Punkte. Die vorletzte Streak, die wir kennen, ist der Combat-Robot. Der Combat-Robot wird ebenfalls ins Spielfeld gedroppt und man kann hier entscheiden, ob der einen verfolgt und einem dauerhaft im Kampf hilft oder ob der eine bestimmte Location, also einen bestimmten Platz, eine Flagge oder einen Eingang, eine Halle oder sowas bewacht. Und dieser Combat-Robot kostet 1400 Punkte. Als letztes haben wir das Mothership. Das Mothership ist eine Mischung aus VTOL-Einheit, aus Loadstar und aus allen anderen hohen Streaks. Das heißt, wenn man dieses Teil bekommt, kann man den Gegner von oben mit Raketen und MGs abschießen und es gibt noch zwei weitere Plätze in diesem Gerät, wo Teammates rein können und auch MGs besetzen können, um den Gegner zu töten. Und dieses Mothership kostet 1500 Punkte. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Ciao!